Hallo. Heute machen wir ein Calling-the-Shots mit Marlon an mir. Max callt mir zuerst was. Ein Double-Vip-Roller. Ja, trotzdem. Boah, war der Scheiße. Er war echt scheiße. Boah, war der Scheiße. Wie viele Tries machen wir? Drei! Boah, bist du scheiße. Ich call dir einen für 60, wo du willst. Achtung, helft. Chiller, digger, chiller. Kickliss. Flyout. Du hast ihn richtig close. Schade. Schade. Hey. Call ich dir einen Kickliss-Wip? Schatzkippe. Mach da ***. Oh ja, was war das? Was callst du mir? Triple-Wip. Schade. Schade. Mach dir einen Step-down. Tunnel. Step-up. Wow. Entschuldigung! W-W-Wip. Kleines Fly-out. Ganz mit einem Weißes. Auch mal ein Double Ball. Genau! Der wird genau wie... Max. Einen Fiebel. Einen Fiebel dahinten. Schwamm. Whip. Dieses London Gap da hoch. F***. Wahrscheinlich, Digga. Oh, Digga, der war catch. Gegrind an dieser letzte Band. Aber da wo du willst. An dieser letzte. Kannst du mal hier machen. Mach einfach. Tail... Ne, Heel Whip Flat. Ich hab noch einen. Guck, 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 guck. Hier. Einen 180 Whip. Und... Boah, war ja sketchy. Über die Kante da. Über die Kante da. Über den Kicker. Dieser Halbkreis. Ja, diesen Kicker-Kreis da. Ja. Entweder Double Whip oder Heel Whip. Kannste ja aussuchen. Nein. Doch. Ja, dann machst du Bohrstein-Kante da. Ja. Sprichst drauf und... Hä? Ja, der zählt, der zählt. Wenn du so lange nicht runter gehst, zählt der noch. Dann lass ihn. Ich hab noch nie gemacht. weiter zurück, weiter zurück! Der nächsteool 80 ab! Drillaaaaaaaaaaa! Mein neuer Trick, Ullar! Tschüssi!